Und irgendwann habe ich jemanden gesehen, der an mir vorbeigelaufen ist, ohne Stecken, laufend. Der dich überholt hat. Der mich überholt hat, ohne Stecken. Und der ist nicht gegangen, so wie ich, sondern der ist gelaufen. Und dann habe ich gedacht, krass, das ist sicher das nächste Level. Krass. Das ist das nächste Level. Krass, nicht nur das nächste Level, sondern auch mein heutiger Gesprächspartner, Philipp Reiter heißt er. Er kommt aus Bad Reichenhall und ist einer der bekanntesten und besten Trailrunner Deutschlands. Außerdem ein hervorragender Skitourengeher. Er war sogar mal in der deutschen Nationalmannschaft. Dann ist er auch noch Fotograf und Outdoorfilmer. Und so ganz nebenbei auch noch Markenbotschafter der Alpenstadt Bad Reichenhall, tief im Südosten Bayerns an der österreichischen Grenze. Was Philipp über seinen Werdegang zu berichten hat und was er mir als Flachland-Tiroler somit auf den Weg gegeben hat, wenn ich da unten mal in Bad Reichenhall und Umgebung durch die Berge starksel. Das ist jetzt zu hören, hier im Podcast. Ein wirklich interessantes Gespräch. Und ich sage euch, es gibt zum Schluss noch einen ganz heißen Tipp. Ich sage nur lecker. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Also ich bin der Philipp, der Philipp Reiter, komme aus Bad Reichenhall. Mein Papa ist da geboren. Die Mama kommt aus Wien. Ja, wir sind ja ziemlich nah an der Grenze. Das verschwimmt ja so der Übergang zwischen Bayern und Österreich. Und ich fühle mich schon hier daheim. Und fühlst du dich als Bayer oder als Österreicher? Naja, ich fühle mich hier im Grenzgebiet heimisch. Eigentlich fühle ich mich schon als Bayer. Also ein waschechter Europäer. Ja, könnte man fast sagen. Nein, ich fühle mich schon als Bayer tatsächlich. Ja, okay, prima. Verrat mir doch mal eins. Also Philipp, du bist Alpinist, heißt es. Du bist Trailrunner. Wenn ich jetzt hier im Urlaub bin, hier in Bad Reichenhall und ich gehe in die Berge. Ich bin, man sagt so Flachland-Tiroler, also aus dem norddeutschen Raum, wo man keine Berge hat. Man ist es nicht so gewohnt. Also ich hechle hier den Dötzenkopf hoch und bin total schweißnass mit meinen Wanderschuhen und Stöcken da oben angekommen. Oder gestern war ich noch unterwegs auf der Zwieselalm und dann noch auf dem Zwieselkopf oben auf den Gipfel rauf. Und dann sieht man plötzlich Leute wie dich, die da an einem vorbei hüpfen und laufen. Also das Joggen quasi in den Bergen. Wie kommt man denn auf sowas Verrücktes? Naja, also wie gesagt, ich bin hier aufgewachsen und das ist hier gang und gäbe. Also die Einheimischen laufen nicht alle rum, aber es sind schon, also viele gehen halt am Berg und machen Sommers wie Winters diverse Sportarten. Das heißt jetzt halt Skitouren gehen, Klettern, Radl fahren, Klettersteige wandern, Berglauf. Das ist einfach, weil es halt vor der Haustür ist. Das muss man schon so sagen. Also Segeln machen die wenigsten, weil es halt einfach hier nicht, da im Chiemsee geht es wieder. Aber das liegt irgendwie in der Natur der Sache. Und ich bin halt auch so aufgewachsen. Wir haben noch zwei Geschwister und die Eltern haben uns total viel mit rausgenommen in die Natur. Und das ist halt bei uns zwangsweise halt die Berge. Und da kriegt man halt eine gewisse Grundfitness von klein auf, von Kindesbeinen an. Und das bringt einem natürlich was. Und das ist jetzt nicht so, dass die kleinen Kinder schon bei uns am Berg hochlaufen. Man muss das natürlich auch trainieren. Und ich bin vor fast 15 Jahren zum Skitouren gehen gekommen und habe auch da viele Wettkämpfe gemacht. Und habe irgendwann gemerkt, dass ich mich halt im Sommer auch trainieren muss, um für den nächsten Wintersaison wieder fit zu sein. Werde ich dich da unterbrechen? Da vor 15 Jahren, da warst du dann selbst gerade 15 oder so? Ja, ich bin jetzt 30, ganz klar. Ja, genau. Und da bist du zum Skitouren gehen. Genau. Also ich habe es vorher schon gemacht, aber das ist quasi wettkampfmäßig. Und das war ganz nett, weil so eine Gruppe ist entstanden. Die waren eigentlich so alle ziemlich das gleiche Alter. So eine Clique und die ist halt quasi vom Wettkampf zu Wettkampf gezogen. Und dann macht das einfach extrem Spaß, wenn du einfach Leute hast, die irgendwie das gleiche Mindset haben, das gleiche Alter, die gleichen Erlebnisse. Und du kannst es einfach super teilen in der Gruppe. Und uns hat das einfach total Spaß gemacht. Und natürlich hat man auch da, würde man sagen, eine gesunde Rivalität. Jeder möchte natürlich eine gute Leistung bringen. Und da stachelt man sich an und spornt man sich an. Und das bringt natürlich leistungsmäßig auch viel. Aber das war halt recht stiefmütterlich, so wie das am Anfang gelaufen ist. Also ohne Großtrainer. Wir waren zwar in der Nationalmannschaft gleich, weil wir waren die Einzigen in Deutschland, mehr oder weniger, die das gemacht haben. Es gab halt damals noch nicht so viele. Mittlerweile ist dieses Skitouren gehen, das boomt extrem. Vor 15 Jahren war es noch bei Weitem nicht so stark. Und dadurch eben, oder haben wir gemerkt, naja, wir müssen im Sommer auch was machen. Und am Anfang haben wir angefangen, dass wir mit unseren Stecken am Berg hochgehen, also wie quasi im Winter Skitouren. Nur halt ohne Ski und ohne Schuhe, ohne Skitourenschuhe. Und dann halt da hoch marschiert. Und dann wie halt runter. Und das war unser Training. Und irgendwann habe ich jemanden gesehen, der an mir vorbeigelaufen ist. Ohne Stecken. Laufend. Der dich überholt hat. Der mich überholt hat. Und mit normalen Turnschuhen womöglich. Genau. Ich hatte auch so Halbschuhe. Ja, ja. Aber der ohne Stecken, der ist nicht gegangen, so wie ich, sondern der ist gelaufen. Und dann habe ich gedacht, krass, das ist sicher das nächste Level. Krass. Das ist das nächste Level. Und dann habe ich versucht, auch das nächste Level zu erreichen, sozusagen. Und bin auch am Anfang, war tatsächlich mein Ziel, den Dötzenkopf durchzulaufen. Und du hast dir selber gesagt, du warst da oben. Und du weißt, das ist echt steil. Es sind total viele Stufen. Ja, hohe Stufen vor allen Dingen. Ja, hohe Stufen, ja. Ja, ja. Und das sind 400, ein bisschen über 400 Höhenmeter und zwei Kilometer. Also doch recht komprimierte Höhenmeter. Und am Anfang, wenn man das versucht zu laufen, auch wie man ja auch fit vom G-Ton gehen, aber das geht nicht scheit. Ja, also der Puls explodiert, das Herz brrrt. Das habe ich selbst auch gemerkt, schon beim Gehen, nicht beim Laufen. Da pocht der Puls, also das klingelt in den Ohren quasi. Das ist Wahnsinn, ne? Man denkt, gleich hört es auf. Ja, ja, ja. Und da war mein Ziel einfach wirklich das Durchlaufen. Und am Anfang habe ich es so gemacht, dass ich auf der Stelle getribbelt bin, bis der Puls wieder ein bisschen runter ist und dann wieder weiter. Nur weil das Ziel halt durchlaufen. Und irgendwann geht das. Und da geht es vielleicht bis zum Spechtenkopf. Das ist der nächste Gipfel nach dem Tötzenkopf. Und dann hat man halt viele Möglichkeiten rundherum. Und dann erläuft man sich auch irgendwo die Touren, die man halt wandern kennt, erläuft man sich. Und viele sagen, ja, wenn du da so hochlaufst, dann siehst du ja gar nichts von der Landschaft. Dann sage ich, naja, pass auf, ich sehe in der gleichen Zeit dreimal so viel, weil ich bin dreimal so schnell wie du. Also von dem her, ich würde jetzt nicht sagen, dass man irgendwie das Erlebnis minimiert, wenn man da hochläuft. Klar, das ist anstrengend. Aber das macht ja auch irgendwo Spaß. Wenn man dann oben ist, man schnauft, man schwitzt und dann sage ich, boah, jetzt habe ich mir diesen Gipfel auch erarbeitet. Und ich finde es jedes Mal wieder faszinierend, wenn ich im Tal unten stehe und ich schaue hoch. Gerade beim Staufen ist halt von der Stadt, da schaue ich mir hoch und man sieht das Haus und den Gipfel und denkt man sich, Wahnsinn, wie kann der Körper das machen, dass er da hochkommt? Und dann, vielleicht bei dir dauert es zwei Stunden, zweieinhalb, bei mir dauert es vielleicht eine Stunde. Zack, ist man oben und schaut runter und denkt man sich, boah, da war ich jetzt gerade. Und das finde ich jedes Mal wieder faszinierend, dass der Körper das so, dass man das machen kann. Wie trainiert man denn sowas? Also wenn ich da jetzt hochkeuche, dann merke ich, da tun mir irgendwann die Oberschenkel weh, dann sind es die Waden und wenn ich runtergehe, sind es die Knie vor allen Dingen und die Bänder, wo ich denke, alter Schwede, was passiert jetzt? Morgen komme ich gar nicht mehr aus dem Bett hoch oder so. Wie trainiert man sowas? Weil gerade die Bänder sind doch so ein Kasus-Knacksus, die reißen leicht und dann hast du gesagt, du hast ja eigentlich nur so Halbschuhe. Da ist ja gar keine Stabilität fürs Fußgelenk oder was machst du da? Ja genau, also die Schuhe, die Trailrunning-Schuhe, die haben ein ganz gutes Profil, meistens noch sogar ein bisschen aggressiver wie Wanderschuhe, aber halt keinen Schutz zum Knöchel. Und das reicht aber in der Regel, weil es ist so, wenn du halt dynamisch dich fortbewegst, das heißt nicht, dass ich mich nicht in den Fuß verdrehe, schon oft leider, hat aber auch mit meiner anderen Profession zu tun. Aber wenn man halt immer quasi unter Spannung läuft, dann gibt die Muskeln, die Bänder und die Züge geben schon eine Vorspannung und dann ist es deutlich schwieriger, dass man sich in den Fuß verknackst. Also wenn man so ganz locker und irgendwie, ja, so ein bisschen lätschert, wie wir sagen, so umher geht oder umher wandert. Wenn man auf Spannung läuft, dann ist einfach der ganze Körper konzentriert unter Spannung und dann ist es viel schwieriger, dass man sich da verletzt tatsächlich. Ah, okay, okay. Und ja, wie trainiert man es? Also man muss es einfach oft machen. Es ist halt tatsächlich so. Und da hat eben langsam sich steigern. Also am Anfang geht man eben mit dem Dötzenkopf, dann geht man ein bisschen weiter. Und es ist so, dass die Muskeln, die bauen sich quasi schneller um oder die stärken sich schneller, als wie die Sehnen und mit den Bändern. Also die haben quasi eine Verzugszeit von sechs Wochen ungefähr. Das heißt, man hat vielleicht das Gefühl, okay, das funktioniert schon muskulär irgendwann relativ gut, aber es dauert, bis sich quasi der Bandapparat auch stärkt. Und das darf man nicht unterschätzen, dass man nicht denkt, okay, jetzt geht es dann schon, aber eigentlich ist es noch nicht so ganz stabil. Und was ich auch jetzt trainingstechnisch gerne mache, also Ausgleichssportarten natürlich, also gerade wenn man es halt intensiv betreibt, so wie ich, dann merkt man das natürlich schon auch. So ist es jetzt nicht, also auch mit Knien und Sehnen und so weiter. Aber ich gehe viel Radl fahren, viel Klettern. Das ist einfach so diese Grundstabilität und die Körperspannung. Also Radl fahren meinst du mit dem Mountainbike? Genau, aber auch ganz normal, weil es ist so, wenn man mit Klickschuhen fährt, also ich habe sowohl beim Laufen als auch beim Gehen immer diese drückende Bewegung. Also ich drücke mich ja quasi immer vom Boden weg. Und wenn ich jetzt mit dem Radl fahren einen Klicker habe, dann kann ich auch mal ziehen. Das heißt, ich kräftige auch die Antagonisten von den Muskeln. Ach so, diese Schuhe, die sich einklicken in die Pedale und dann ziehst du das Pedal mit hoch. Genau, das ist dann quasi genau die andere Muskelgruppe, als was ich sonst habe. Beim Schiedung gehen, beim Laufen, beim Gehen, beim Wandern, habe ich immer dieses Wegdrücken und dann beim Radl fahren habe ich immer dieses Ziehen. Und das ist auch wichtig, dass immer der Antagonist auch gestärkt wird, weil wenn nicht immer nur eine Seite kräftig und die andere vernachlässigt, logischerweise, dann ist die Verletzungsanfälligkeit viel höher. Und was auch wichtig ist, ist dieses Balancenstabilitätstraining. Also Slackleinen ist halt so ein bisschen das, wo man das auf einem coolen Weg sozusagen machen kann. Also wenn man so eine Line zwischen zwei Bäumen spannt oder wo auch immer und dann halt zu balancieren probiert. Und das ist so, dass diese ganze kleine Stützmuskulatur, die ist eben schwierig zu kräftigen. Also nur weil ich jetzt nicht laufe oder viel berge, heißt nicht, dass ich auch das Stabilität habe. Und die muss ich eben andersartig kräftigen. Und das Einfachste, was man so in der Läuferwelt so sagt, ist halt, dass man zum Beispiel beim Zähneputzen auf einem Bein steht. Dann hat man wenigstens zwei Minuten des Tages oder dann vier, zweimal zwei oder, wenn man brav ist, dann sechs Minuten je nachdem. Dass man halt da zumindest schon ein bisschen dieses Balancstraining hat. Und das ist ganz interessant, weil oft hat man ein schlechteres und besseres Bein. Ja. Und dass man auch genau bewusst versucht, das Schlechtere sich auch draufzustellen. Dann kannst du natürlich Zähneputzen auf der Slackleiner machen. Dann ist natürlich nochmal das nächste Level. Es gibt immer genug Levels nach oben. Genau. Was gibt es denn, wenn wir von Levels sprechen, was gibt es denn für dich da so für Levels, die du noch erreichen möchtest? Also du machst das Berglaufen im Sommer, du machst das Skilaufen, Skiwandern, das machst du halt im Winter. Wo geht die Reise noch hin? Was kommt denn dann noch eigentlich? Was hast du so für Ziele? Naja, gut, ich habe eben vorhin schon gesagt, ich habe noch eine andere Profession. Also ich bin Fotograf und Filmer und halt eigentlich im Outdoor-Bereich, nicht nur, aber auch oder hauptsächlich. Und das ist natürlich so, dass du jetzt neben dem, dass du auch fit sein musst, weil du musst ja am Berg hochkommen. Und du musst mit den Athleten mitlaufen, das ist im Idealfall so. Und du hast ganz ordentlich Gerödel, Gewicht dabei, wenn du dann eine Kamera und sowas dabei hast. Du musst ja auch logistisch überlegen, wie machst du das? Hast du genug Speicherkarten, Akkus, ist alles dabei? Ich muss trotzdem aber noch agil sein. Und das ist für mich jetzt persönlich sozusagen das nächste Level, dass ich sage, okay, ich muss diese Fitness, da darf ich mir gar keine Gedanken drüber machen, ob ich jetzt da hochkomme und mitkomme. Weil wenn das nicht passt, dann kann ich auch meinen Job sozusagen, die Bilder machen. Das funktioniert dann nicht, kann man dann nicht mehr kombinieren. Und das finde ich gerade extrem spannend. Und dann bist du nebenbei, bist du ja auch noch Markenbotschafter von Bad Reichenhall seit Anfang des Jahres, glaube ich. Was ist da genau deine Aufgabe? Also was musst du da machen? Hältst du die ganze Zeit Vorträge? Führst du Touristen durch die Stadt? Das wahrscheinlich eher weniger. Was ist so deine Hauptaufgabe? Das sind eigentlich ein bisschen zwei Bereiche. Also klar, ich meine, durch meinen Sporttag habe ich auch eine gewisse Popularität erreicht. Und man ist natürlich schon gewillt, die Schönheit der Landschaft oder der Natur und dem, was die Alpenstadt zu bieten hat, auch zu zeigen, nach außen zu zeigen. Und das repräsentiere ich halt. Also klar, wenn ich halt da bei uns in die Berge rumlaufe und Fotos mache, das passt auch gut mit dem zusammen, was ich sonst eben auch mache, beruflich. Und das halt dann auch zeige, dann kommen auch Leute. Und ich finde das auch gar nicht irgendwo verwerflich, weil wir leben wirklich in einer wunderschönen Landschaft, wunderschönen Gegend. Und das ist jetzt nicht was, was jetzt nur uns gehört. Und jeder, der mal beim Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang oder einfach so auf dem Gipfel, Staufen, Zwiesel, wo auch immer steht und das genießen kann und das sieht, das ist wahnsinnig schön. Und das ist schon was, was ich auch gerne teile. Da habe ich auch kein Problem damit, weil ich finde es einfach wahnsinnig schön. Und wie ich schon gesagt habe, das ist einfach ein Privileg, was wir hier so erleben dürfen und das sollen ruhig andere auch so sehen dürfen. Und ich finde es insgesamt ist natürlich jetzt auch mit Corona ein extremer Boom in dem Autosegment. Das merkt man und das merkt man auch an vollen Parkplätzen und an viel mehr Leuten und auch viel mehr Leuten an sogenannten Geheimtipps. Aber ich finde es trotzdem eigentlich ein guter Trend, solange sich die Leute auch richtig verhalten. Das ist halt so, man grüßt sich am Berg, man schmeißt keinen Müll weg. Einfach so die basic Regeln, die man halt sonst auch hat. Aber das ist auch halt am Berg dann dieses sportliche Duo. Das ist halt einfach, das ist schon seit Jahrzehnten, weiß ich nicht, läuft das so. Und da muss man sich halt auch darauf einlassen, wenn man das hier praktizieren will. Und dann sehe ich auch kein Problem, dass das gut funktioniert. Aber wenn der eine da anfängt, irgendwie am Gipfel seine Musikbox auszupacken und dann sein Ghetto-Rap hört, das geht halt nicht, das kann ich nicht sonntags machen, das funktioniert nicht. Also da muss man halt einfach gewisse Rücksichtnahme machen oder halt gerade diese Müllproblematik. Ich schmeiße halt meinen Brotzeitsackerl nicht einfach hinter den Baum. Das macht man nicht. Und da ist natürlich schon klar, dass da eine gewisse Unmute auch entsteht in der heimischen Bevölkerung, wenn man sagt, jetzt kommen die Touristen und die nehmen uns die Berge weg. Die nehmen sie quasi ein. Und was natürlich schon auch in gewisser Weise damit korreliert ist, diese Problematik, dass sich viele Leute halt überschätzen, schlecht ausgerüstet sind. Und das ist schon ein bisschen auch diesen sozialen Medien verschuldet, weil es schaut immer alles super aus, super easy und tolle Landschaft und so. Aber ganz so ist es ja nicht. Man muss ja auch da hochkommen. Man muss ja auch zum richtigen Zeitpunkt sein und eben das Richtige auch anhaben. Also ein bisschen davor sich beschäftigen, mit dem traue ich mir das zu, kann ich das überhaupt? Das muss man schon. Und das ist einfach so die Sachen, was ich einfach so in meiner Person auch kommuniziere, was glaube ich auch so für die Region gut ist. Und dann ist es eben auch so, dass auch die Einheimischen gewisse Vorstellungen, Wünsche haben, die sie halt irgendwie umgesetzt haben wollen. Vielleicht nicht immer alles realisierbar, einfach auch gehört zu werden von den Entscheidungsträgern. Und das ist eben so ein bisschen der zweite Teil, dass man sagt, okay, was passiert so in der Szene, in den Einheimischen, was ist da gefordert, gewünscht? Und dann trage ich das irgendwo zu den Entscheidungsträgern, also so als Bindeglied. Und das sind eigentlich so die zwei Bereiche von meiner Tätigkeit als Markenbotschafter. Wenn du jetzt mit Menschen sprichst, die im Urlaub, sei es jetzt ein Kurzurlaub verlangen, das Wochenende, weil sie nicht so wahnsinnig weit weg herkommen, oder Urlauber jetzt meinetwegen aus Brandenburg oder aus Norddeutschland allgemein, die haben einen bisschen längeren Weg. Das sind dann ja schon fast tausend Kilometer, die man hier runterfährt und dann bleibt man vielleicht eine Woche. Und man ist aber nicht das so gewohnt, in den Bergen rumzulaufen, weil man ist sonst vielleicht an der Ostsee oder Nordsee oder irgendwo, aber man läuft nicht die Berge rauf und runter. Wie bereiten sich die Leute am besten vor, dass sie eben nicht gleich am zweiten Tag eine Verletzung haben? Wie läuft man vernünftig? Und hast du vielleicht so ein, zwei Tipps, wo man hier gehen sollte, wenn man so frisch in den Berchtesgadener Alpen herumstachselt? Also als Tipp ist super schön die Höllnbachalm, das ist vom Thumsee. So ein eigentlich gut begehbarer Steig, jetzt auch nicht ausgesetzt oder irgendwie, dass man da groß runterfallen kann und sich verletzen kann. Und er geht zu der Höllnbachalm eben, das ist so eine schöne Alm, das sind Kühe und Wiese und da kann man einkehren, sein Bier trinken, seine Käseplatte essen. Das ist sogar ein Spielplatz, glaube ich. Genau, das ist ein Spielplatz und das ist einfach, je nachdem von welcher Seite man so geht, kann man es sogar noch kürzer machen, von der Alpenstraße weg. Es ist, glaube ich, 300 oder 400 Höhenmeter und vom Thumsee sind es, ich weiß jetzt nicht genau, 500 ungefähr. Und das finde ich am Anfang einfach gut. Und dann gibt es auch Möglichkeiten, das ein bisschen auszudehnen. Ich finde es auch immer ganz gut, wenn man das so ein bisschen optional, Möglichkeiten hat, dass man sagt, hey, heute fühle ich mich gut und irgendwie das Wetter ist schön, jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. So, und dann kann man sich wie so einen Baukasten ein bisschen zusammenbauen. Und das Wegenetz ist ja super gut auch ausgeschrieben und wenn man sich vorher auf der Karte ein bisschen anschaut, dann kann man sich da echt schön auch was zusammensuchen. Bergschuhe ist aber schon ein Muss, also schon vernünftige Wanderstiefel. Wanderschuhe macht schon Sinn, gerade am Anfang. Wie ich gesagt habe, wenn die Knöchel und die Sehne und der Bandapparat einfach nicht so stabil ist, dann macht das schon Sinn, festes Schuhwerk. Und vor allem diese Sohle ist immer wichtig. Also ich sehe schon noch viele Leute mit Straßenschuhen und die sind einfach eine flache oder eine unprofilierte Sohle, so muss man sagen. Und das ist klar, wenn es dann ein bisschen rutschig ist, wenn dann im Wald noch die Felsen mit Moos bedeckt sind, ja klar, wieso soll der Schuh da halten? Der ist ja glatt. Und dann rutscht man da aus. Und dadurch macht es da keinen Spaß, wenn man ständig am Hintern sitzt. Und von der Ausrüstung her, also man muss halt genügend trinken, genügend essen, gerade wenn man halt einfach das noch nicht so gewohnt ist. Der Körper muss, strengt sich an und da ist auch dieser Zuckerspiegel, mit dem spielt man ja auch. Und wenn man halt in den Unterzucker kommt und der Mann mit dem Hammer, so wie es halt so heißt, kommt, dann ist man einfach erledigt. Man muss vorher schon genügend zuführen. Man braucht es da nie, wenn man zu Höllnbachalm geht, ein Gel. So ein Sportgel, das macht auch keinen Sinn. Aber nimmt man vielleicht einen Riegel mit, nimmt einen Apfel mit und dann kauft man sich da eine Brotzeit und geht wieder zurück. Und von der Ausrüstung her, also das Wetter in den Bergen, das ändert sich schnell. Das kann sich sehr schnell ändern. Und so eine Regenjacke wiegt wirklich nicht viel. Und einen Rucksack hat man eh meistens dabei für ein Wechsel-T-Shirt, das ist halt auch was. Man schwitzt doch und wenn man dann sitzt, dann ist es ein bisschen windig und dann wird einem kühl. Also dann zieht man halt schnell an das T-Shirt, an die Jacke drüber und dann kann man es viel schöner im Endeffekt genießen. Genau. Und jemand, der jetzt eine Sonnencreme vergisst, den vergisst das halt nur einmal, weil dann häutet er sich am nächsten Tag und denkt sich, naja, war doch nicht so eine gute Idee. Also das sind jetzt so Sachen, die man, das ist halt Erfahrungssache. Ja, wenn man sich erstmal nicht dabei hat, dann ist es auch nicht wahnsinnig tragisch. Das regelt sich dann selber. Aber es gibt ja so ein paar Regeln, wenn man jetzt meinetwegen zur Zwieselalm hochläuft. Das ist schon recht steil teilweise, es ist auch steinig. Und dann hat es irgendwie Wurzelwerk, wo man aufpassen muss von den Bäumen oder von den Latschentiefern. Und das ist manchmal schon ein bisschen tricky. Und wenn einem dann noch einer, man läuft da hoch, man kämpft sich hoch, so wie ich. Und dann kommt noch welche von oben wieder zurück. Die kommen ja entgegen. Wer weicht denn da wem aus? Wie ist so die Etikette am Berg? Wartet der, der runterläuft oder wartet der, der hochläuft? Eigentlich der, der von oben kommt. Der muss warten, ne? Aber das ist immer auch ein bisschen in der Situation, wo man gerade ist, wenn da gerade eine Leiter runtergeht, da bleibt der nicht auf der Leiter stehen. Nee, das ist klar, ja. Also dann geht der erst runter und dann geht der hoch. Aber schon, sonst ist die Etikette der, der es ohnehin schwerer hat in dem Moment, der darf weiterlaufen. Eigentlich schon, ja. Das ist der, der hochläuft, ja. Ja, ja, genau. Ja, ja, erlebt man leider manchmal. Wenn man zum Parkplatz hoch fährt, ist es eigentlich genauso. Ist genauso. Dass der, der hoch fährt, hat sozusagen Vorrang unter Anführungszeichen. Ja, ja. Jetzt hast du eben die Höllenbachalm genannt, so als Einstiegsmöglichkeit, als kleinen Tipp. Was hast du sonst so für Tipps? Was sind so deine Lieblingstouren, wo man vielleicht auch mal als dann vielleicht schon akklimatisierter oder leicht geübter Urlauber mitlaufen könnte, wo man hingehen sollte? Ja, Zwieselalm ist richtig schön. Also das hat man eingangs schon gesagt, das ist richtig, auch so von Zwieselalm mit der Option dann auf den Gipfel zu gehen. Genau. Und am Zwieselgipfel ist einfach super. Also wir sind ja, die Alpenstadt ist wirklich der Nordrand der Alpen. Das heißt, das sind die ersten Erhebungen sozusagen nach dem Flachland. Und das sieht man einfach, man ist dann einfach an der Kante sozusagen der Alpen und schaut dann raus in dieses bayerische Voralpenland mit Seen und Hügeln, mit echt sehr, sehr, sag ich mal, sanft und sehr idyllisch. Bis zum Chiemsee kann man da schauen. Genau, man sieht das bayerische Meer und vielleicht sieht man doch ein paar Segelboote dort. Und wenn man sich umdreht um 180 Grad, dann schaut man einfach in die Zentralalpen rein. Gerade der Watzmann ist präsent, dann der Blaueisgletscher, das Blaueis mit dem Hochkalter. Das ist ja einer der letzten drei Gletscher in Deutschland. Also wenn man es noch anschauen will, dann sollte man es bald anschauen. Ich weiß nicht, wie lange es denn noch existiert. Und ja, man sieht einfach, dann geht es einfach weiter, Kamm nach Kamm. Also bis nach Italien kann man nicht schauen, bis nach Venedig. Aber in die Richtung zumindest. Aber Salzburg sieht man auf jeden Fall. Und dann in die andere, ja, ja, genau. Also das ist wirklich auch so irgendwie toll, diesen Kontrast zu sehen. Es geht hier los, die Alpen. Und deswegen gefällt es mir auch hier wahnsinnig gut, weil es ist jetzt irgendwie nicht an einem engen Tal, sondern das ist halt gerade so, hier beginnen die Alpen. Und jetzt hat beide Möglichkeiten, kann man sich sportlich betätigen, so wie ich, sportlich betätigen will, so wie ich. Also man kann mit Raden super da rausfahren, ist hügeleg und wellig, die Seen, kann man baden gehen. Oder man kann einfach... Der Tumsee ist aber schon ziemlich kalt, oder? Der ist ziemlich kalt, ja. Das stimmt, der Tumsee ist, aber ich würde fast sagen, der Tumsee ist eigentlich unser schönster See hier. Ja. Hat auch den Grund, dass es relativ wenig Parkplätze gibt. Das heißt, wenn man da im Sommer hochgehen will, muss man, oder baden will, da muss man total früh dran sein. Ja. Oder man geht hoch und man fährt mit Radl hoch. Und das hält doch den einen oder anderen ab. Und das Wasser ist total klar. Also ich glaube, man kann vom Tumsee trinken ohne Probleme. Wahnsinn, ja. Und da ist es halt kalt, weil er tatsächlich auch unterschiedliche Zuflüsse hat. Ja. Und dann die Temperatur eigentlich relativ konstant kalt bleibt. Und es gibt bei uns so, ja Leute, die Tumsee schwimmen und die machen das das ganze Jahr. Also auch im Winter. Auch im Winter, ja. Und man muss ja quasi dann im Spätsommer weiter baden gehen, weil sonst kann man nicht erst im Winter einsteigen. Sondern man muss es quasi sich auch da üben. Ja. Und das ist ganz lustig. Das ist echt so eine kleine Community, die halt dann auch regelmäßig gemeinsam teils dann eben Eis baden gehen. Also das ist echt lustig. Wahnsinn, Wahnsinn. Kürst du aber nicht dazu, oder? Nee, ich kann nicht zu den Tumsee. Noch nicht zu den Tumsee schwimmen. Aber ich finde das total nett, wenn da irgendwie die Leute so ähnlich praktizieren und sich dann kennen und treffen. Und dann eben nur so eine Mikro-Community entsteht. Wie ist das im Ort? Also so als Externer, ich habe zu Anfang gedacht, ah, ich reise jetzt nach Bad Reichenhall. Das hat ja so ein bisschen das Image von Alte-Leute-Ort durch den Kurbetrieb. Und wenn man tagsüber unter der Woche die Fußgängerzone langläuft, dann sieht man ja auch fast nur alte Leute. Wo sind denn die jungen Leute und was machen die? Was ist für junge Leute wie dich jetzt zum Beispiel an Bad Reichenhall, an der Stadt interessant? Wo muss man hingehen? Wo kann man was erleben? Das stimmt. Also wir haben echt eine große Diskrepanz zwischen den alten Leuten und den Jungen. Und das ist auch ein Problem. Das ist auch ein bekanntes Problem. Aber das ist halt tatsächlich auch so, dass viele Leute auch ihr Lebensabend, dass sie kommen von überall her. Also vorwiegend Deutschland, um ihr Lebensabend hier zu verbringen. Wir haben ein großes kulturelles Angebot mit Salzburg, wirklich ganz viel Kultur. Dann auch hohe Dichte an Ärzten. Das muss man auch sagen. Und natürlich Gleiches zieht Gleiches an. Und das ist natürlich schon, und das ist einfach angenehm. Ein Luftkuhort, man hat die Therme, man hat diverse Badeanstalten und das Gradierhaus mit der Sohle, das runterläuft. Und es ist einfach sehr viel gebotener, eher für die ältere Leute. Das ist einfach so. Und klar fühlen sich die Jungen dann tendenziell irgendwo ausgeschlossen. Und es ist lustig zu beobachten, weil irgendwie, klar, die Kinder und wenn man in die Schule geht, kommt man jetzt nicht aus. Aber die meisten gehen dann weg, aber kommen irgendwann wieder. Also das ist schon nicht erst, wenn sie Rentner sind, sondern schon vorher. Also die kommen schon wieder zurück. Aber es gibt schon auch einige Sachen, wo auch Junge sind. Es gibt den Bolzplatz, es gibt den Skaterpark, Haus der Jugend und gerade auch Mannschaftssport-Sachen gibt es schon viel. Aber es ist, würde ich trotzdem sagen, das ist nicht im Gleichgewicht. Also, aber das liegt einfach, ist es einfach so. Ja, und wir haben echt das Vorteil, wir haben einfach echt auch eine schöne Innenstadt mit einer schönen Fußgängerzone. Und es wird auch immer seltener, dass sich sowas halten kann. Und das sehe ich schon auch positiv, dass ältere Leute kommen, die das halt so gewohnt sind und auch noch so leben, die das einkaufen, während junge Leute bestellen bei Amazon. Das ist einfach Fakt. Die gehen nicht in die Fußgängerzone, um sich eine Jacke zu kaufen. Und das ist halt irgendwie auch der positive Effekt von dem, dass man sagt, hey, das erhält, das bleibt irgendwie noch so erhalten. Wenn du jetzt so eine Bergtour gemacht hast, du bist einen Trail gelaufen, irgendwo rauf und runter. Also ich weiß es aus meiner Warte, ich brauche dann immer eine Belohnung. Also man muss sich selbst belohnen irgendwie und sei es zum Beispiel mit einem guten Stück Kuchen und einem Kaffee dazu. Machst du das auch? Genau. Und wo gehst du da hin? Der Kuchen, der Kuchen ist mein Ding. Wo gehst du da hin? Zum Neumeier? Zum Neumeier. Zum Neumeier, ja. Da gibt es ja mehrere im Ort, oder? Genau. Also ich gehe zum Felix Xaver Neumeier, weil es gibt auch verschiedene Neumeier tatsächlich. Ach, das ist so ein Klan, so ein Kuchen-Klan. Quasi, ja. Die Kuchen-Mafia. Nein, nein, aber der ist echt super. Also ich kenne auch den Junior-Chef von Xaver recht gut. Der ist jetzt vor kurzem Papa geworden und das ist irgendwie auch schön, wie das handwerklich einfach passiert, wie das funktioniert. Und ich schätze es, ich bin viel unterwegs, auch beruflich bedingt. Und ich finde es total schön, wenn man einfach da hinkommt, die Leute kennen einen, man redet kurz, auch wenn es nur Smalltalk ist, hey, wie geht es da, was hast du erlebt? Und dann ist es nicht so anonym. Und das gefällt mir schon extrem, dass man da irgendwie auch so eine Gemeinschaft ist und sich kennt. Und also am liebsten esse ich fast nach wie vor noch den Schweizer Mandelbogen beim Neumeier. Das ist halt quasi wie so ein Nusshörnchen mit so Mandelsplittern und Nussfülle innen. Also es ist recht gehaltvoll. Ja, hört sich sagen, ja. Es ist auch nicht so leicht, sondern es ist eher was Schweres. Aber nach so einer brutalen Tour ist das schon ganz gut. Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das muss ich auch nochmal ausprobieren. Jetzt ist er auf der Straße Richtung Berchtesgarten. Ah ja, okay. Da links ist es Kaffee. Ah ja, super. Das kann ich nur sehr empfehlen. Magst du zum Abschluss noch einen Gruß an die Hörerinnen und Hörer schicken? Ja, also wenn ihr jetzt Lust habt, hier nach Reichenhall zu kommen, ich kann es euch nur empfehlen. Es gibt wirklich ein großes, vielfältiges Angebot. Nicht nur sportlich, sondern eben auch kulturell. Und ja, genießt die Natur, genießt die Therme, den Schweizer Mandelbogen oder die anderen guten Kuchen, die es da so gibt. Und ja, wenn es nicht euch über den Weg läuft, dann dürft ihr euch sehr was sagen. Danke dir, Philipp. Da fällt mir noch was ein. Du hast gerade gesagt, kulturell auch. Da hast du Salzburg erwähnt, aber ihr habt ja auch eine tolle Philharmonie hier. Genau, ja. Also mit dem Daniel Spohr bist du, glaube ich, auch schon in den Bergen gewesen, oder? Genau, ja. Wir haben schon eine Tour gemeinsam gemacht. Und das wäre echt interessant, weil es einfach zwei komplett verschiedene Welten sind, aber trotzdem doch viele Überschneidungen und viele Ähnlichkeiten in dem, was man macht, wie man es macht, wie man sich vorbereitet, wie man aufgeregt ist, wie man auch zu einem Punkt fit sein muss. Egal, ob ich jetzt an der Startlinie stehe oder dann vor dem Publikum, da muss es passen. Da kann ich nicht nur sagen, ich hätte doch noch mir die Noten anschauen sollen oder das. Oder ich kann nicht sagen, hätte ich doch noch das trainiert, sondern das ist zu spät. Also dem Punkt muss es passen. Und das war echt spannend, obwohl es so unterschiedlich war, war es doch so ähnlich. Prima, schönes Abschlusswort. Danke dir, Philipp. Ja, danke auch. Danke, danke. Danke, danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.